Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1074 Euro pro Monat. Wir freuen uns in Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020